So, liebe Freunde, wir haben Tag 2. Die Halle füllt sich so langsam, ne? Wir sind jetzt ein bisschen später gekommen, weil es gestern unten ein bisschen spät war. Und wir gehen jetzt erstmal nochmal über den ganzen Platz, jedem Hallo sagen und gucken und so. Aber wir sind später wieder am Auto für euch und es ist jetzt Wetter da von den PS-Days. Es ist richtig geil und es ist geiles Wetter draus. Ich würde sagen, wir sehen uns später. Bis dahin.